In der Studie haben wir geprüft, ob man durch regelmäßigen Konsum von allergenarmen Äpfeln eine Toleranz gegenüber der Apfelallergie entwickeln kann. Toleranz entwickeln heißt, dass man beim Hineinbeißen in einen Apfel kein Juckreiz in der Mundhöhle hat, die Lippe schwellt nicht an oder die Zunge schwellt nicht an. Man kann den Apfel essen, ohne Symptome zu haben. Im Ergebnis der Studie haben wir gesehen, dass durch das Essen von allergenarmen Äpfeln in regelmäßiger Form man dann einen allergenreichen Apfel, wie zum Beispiel Golden Elicious, essen kann mit deutlich weniger oder ganz ohne Beschwerden. Zweitens ist die Grundlage dafür zu prüfen, ob man durch regelmäßiges Essen solcher Äpfel vielleicht auch die Symptome bei einem Heuschnupfen gegen Birkenpollen reduzieren kann. Wer an alten Sorten interessiert ist, kann sich an uns wenden und wir schicken ihm eine Liste dieser alten Äpfel, die umfasst etwa 30 bis 40 Apfelsorten, die nicht leicht zu erhalten sind, aber Sie können dann auf dem Markt nachfragen. Zweitens ist die Grundlage für die Zunge. Zweitens ist die Grundlage für die Zunge. Zweitens ist die Grundlage für die Zunge.